Musik Hier befinden wir uns jetzt im Ortsteil Münch-Hagen. Münch-Hagen ist auf fünf Säulen begründet. Und zwar auf die Landwirtschaft, auf die Seefahrt, auf die Fischerei, auf die Dinosaurier und auf den Bergbau. Und dazu sind zu jedem Punkt hier Säulen errichtet worden, die das nochmal verdeutlichen sollen. Und der Brunnen wurde danach gebaut? Der Brunnen wurde danach gebaut und auch eine Sitzgruppe, damit man hier verweilen kann.